Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Follower Let's Play Disney Zoom. 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 Zoom Zoom. Zoom. Zoom 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 Festival. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde, das wird echt gehorcht. Eine neue Folge, bin sehr gespannt. Les go, daste ich den. gut 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 los geht's ja mir geht's einwandfrei meine freunde es wird einfach so ein geiler part heute bin ich mal so im verkehr yes das war es schon ok jo da sind wir doch wieder heute wird es geil ich bin auch mal sehr gespannt ich denke mal einwandfrei wird auch heute starten hier und es wird nicht mehr so oft kommen das spiel aber einmal der woche versuche ich zu bringen zumindest so alle vier fünf sechs tage guck mal also kann auch weniger bringen kann auch weniger kommen die folge aber ich bin trotzdem und habe auch einfach sehr bock auf die kleine runde manchmal so ein bisschen wie mario party kann man sagen es ist ja so eine art mario party das kann man sagen aber es ist egal jetzt geht weiter hier mit einem neuen party heute machen wir ganz normal hier genau im ganzen tv modus tut mir leid ich habe mir versprochen aber egal wird die ganze zeit und ja mir geht auch gut heute und hoffe heute spiel auch vielleicht mal werden also ein ein spiel zumindest ich versuche das einfach ein neues ein ganz neues spiel zu spiel heute von disney von diesen kleinen spiel nämlich von disney 2 und 2 um fest zu willen wir haben einfach mal so ein ja so ein festgegalen charakter egal einfach mal so und dann ist gut jetzt geht es nämlich weiter hier bin sehr gespannt so ich will heute sehr gerne mal das spiel spielen also das erstes hat es mal genau und das spiel auch mal das haben wir schon öfter gespielt aber ich bin sehr gespannt ob wir heute auch das mal wieder gut hinbekommen werden hier bei disney zoom zoom festival so ich bin sehr gespannt da glaube ich vielen dank es wirds nice okay es wirds egal jetzt wirds gut hier und ja es wird auch spannend weil ich habe spiel schon mit euch gespielt öfters mal sorry wollt ihr euch nicht vertrecken ich wollte euch nicht verschlägt aber egal ich habe das spiel aber ich bin ja nicht der experte der halt auf den höchsten niveau wie wohl sagen tut mir leid aber ich versuche das zu tun gerade sie bin ich da oben über sie bin ich ja auch oben der erste der erste spiel wenn man sieht man vorgingen vor der der fall da scheiße das war so dumm von mir aber egal in ordnung kann ich mir aber scheiße nein kann ich mir nicht erlauben meine frauen ich kann es mir nicht erlauben okay das war ja okay 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 nach gott ok ja ich hab ich wollte gerade eingehen ich wollte gerade reingehen meine freundin heißt das nicht doch was auch richtig gemacht du was machst du da ich war das spieler ja ja egal ich sage ich sage ich sage ich sage ich sage ich aufpassen menschen ja bewirbt sich doch egal ich war spaß bei dem zack nein nein ich habe doch irgendwie war schon da wie wenn es immer so nett wenn ich meine freunde dann kann ja nichts dagegen zu meine freunde kommt ab jetzt hier ihr feiert sicher in der in der länder kann ganz gewalt meine freunde jetzt hier bei der positions wesel oder wechsel los geht's los geht's so sehr gut ist jetzt hier jetzt wird hoffen ja auch sehr interessant hier ich weiß nicht ob wir schaffen aber egal ich habe meine frau und ich versuche mal eine gute sache raus zu zögern aber egal wenn es bitte das spiel helfen wir nicht ein bisschen na ok sagt man das war ein bisschen fehler fehlerhaft aber egal solange der marsch ist auch alles gut das war gut das war gut meine freunde aber leider haben wir auch noch so ein kopf oder ja guck mal da geil also also ich sie einfach reingestorben da kommt mal her also ich ne ich komme ja auch auf einmal auf einmal lebendig und ich wollte nicht mal ich habe ich habe nicht mehr chance gehabt der die chips oder den der schiff halt der ungefähr wird er war scheiße sorry der ungefähr der mitte war die habe ich halt nicht wie konnte ich dann nicht mehr aufjahr nicht mehr wie aktivieren so kann man sagen egal 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 ich wollte nicht mehr buchen aber ist egal meine frauen ich habe es egal ich habe meine frau finde ich finde ich finde ich ja ist in ordnung ist okay vollkommen in ordnung hat mir echt spaß gehabt hat auch ein spaß gehabt hier bei diesem geilen video so weiter geht's meine freunde war jetzt mal also gleich die zweite mein freunde war ich sagen was leider läuft vielen dank wir sind gleich bei einem weiteren spiel wieder und das das habe ich leider verkackt gerade ich meine ich das hier okay egal das war ja ich weiß ja nicht das war ja das war ja der kinderturm von mir gerade auch egal also jetzt wird's nice hier yes da sind wir wieder sehr gut freue mich sehr so ich habe jetzt mal auf eine andere also ich habe jedenfalls auf ein anderes neues game also ich würde sagen also also es gibt kein neues game aber ich würde sagen wir machen wir trotzdem eine neue runde wie vom eiskugelstapler das haben wir auch mehrmals haben auch schon bestimmt einmal oder zwei mal gespielt aber heute ist es auf jeden fall so heute wird es auf jeden fall sein für eine neue runde von eis vom eisstapler vom eisstapler würde ich sagen hoffentlich würde das wieder auch nicht unterbrochen meine frauen wollte ich sagen sorry yes so dann sind wir wieder mein freunde sehr gut okay ja auch das ist halt scheiße schwer aber nicht halt hinbekomme dann dann brauche ich auch keine angst haben anscheinend meine anscheinenden geilen freunde es muss sein genau sein würde es immer aufpassen dass die kugel immer aktiv ist das scheiße was ich gerade gemacht habe aber ja ich versuche mir anzustrengen hey bitte verarscht mich nicht ich habe gerade gemacht was du willst du komisch einfach mal da okay auch nicht mal so schlecht der scheiße ich wusste ja ich wusste ja war doch klar oder warum herzlich alter das war echt gut okay ich habe ich habe es ein ganz große zahl bekommen und wir haben einfach 1500 punkte bekommen das frau ich ja sehr okay sehr schön meine freunde bin ich zufrieden gerade meine freude oh mein gott okay das verstehe ich warum warum sind die gerade nicht der reingekommen oder eingegangen meine frau die verfälle gute frage also ich weiß auch nicht warum ja klar auf einmal drei auf einmal na ja guck mal okay das war gemein aber ja ich habe auch mein gott war ist so kackig so fackig um mein gott war ist so fackig schief ne gtf einfach okay eine alle zumindest auf den auf einmal ne euer ans oder nicht euer ans meine scheiß geilen freunde ey nicht euer ans oder es ist so schwarz ist schwer ne es ist so scheiß schwer meine frau sie gerade das gleichgewicht zu halten das ja genau ja ist in ordnung hat der spaß gehabt hat er hat er auch ganz gut gebracht hat mir auch gute laune gebracht ich bin zufrieden mit neuen freunde ich muss also keinen kopf machen und dass ich das falsch gemacht habe ich muss auch keinen kopf machen genau machen wir weiter bei der neuen voll übersleich ich meine wir machen gleich weiter mit einem neuen minigame was wir auch schon später haben aber danach wird am ende hoffentlich gibt es noch ein geiles neues spiel würde ich sagen aber das spiel habe ich wahrscheinlich mal am spiel das spiel was ich am ende spiele aber ich habe es mit euch noch nicht lange gespielt genau so muss es sein meine freunde so muss es sein danke schön aber ich denke warte meine freunde ist hier genau so muss es sein zack zack mit welchem modus möchtest du spielen ich würde sehr gerne mal eine runde neu eine neue runde auf jeden fall ein neues rundig haftiges geiles game spiel auf jeden fall ich hätte bock auf dieses auf dieses wo man wegrennen muss wo man die Münze auf oder die grenzen juwel einsammeln muss und wo man halt wegrennen muss in dieser komischen das wäre ich geil aber egal mach ruhig mal eine andere sache meine freunde nicht los ne wie viel andere spiel so da bin ich wieder meine schönen freunde ich hab bock auf ein neues geiles game ok das haben wir auch noch nicht gespielt das habe ich auch noch nicht gespielt genau das vergessen bin ich gerade schon oder bin ich gerade ehrlich bin ich bin glaube ich gerade ehrlich glaube schon dann machen wir dieses hier das war der verlorene schatz war auch hier aber ich glaube ich möchte das spiel das ist das ist eine geile sache das ist eine geile sache auf jeden fall das war auf dem weist erstmal nur ja gut das machen wir erstmal jetzt dann nehmen wir mal eine runde teil und dann würde ich sagen wir gehen wir einfach dieses geiles spiel war das auch geil also es ist auch einfach nach meinem geschmack konzentriert konzentriert würde ich sagen so jetzt bin ich hoffen mal ich bin hoffentlich einfach jetzt mal ja in guter stimmung ist einfach zu schaffen ich weiß dass halt nicht so einfach ist ja auch um dass man das schaffen aber wir schauen mal weil ich weiß auch dass das nicht einfach ist so ausgewertet man freuen weil die da zeit diesem immer die der landseite jetzt geht's so los geht's meine frauen ich werde versuchen die ganzen die ganzen geilen ja ich weiß nicht ich weiß ja nicht was ist das sind so das sind so ja so kommt also mindestens auf jeden fall zusammen mit punkte weil dann müssen meine frauen um halt geil und auch verhelmt werden wohl auch hier einfach zu gewinnen die musik ist auch irgendwie ganz geil singe habe ich mich ja auch mal wieder du bist nicht halt ich habe einfach gedacht kommen wie ich habe einfach mal das spiel ist auch bitte nicht ich wurde nicht getroffen meine frau scheiße aber ich bin zufrieden meine frauen ich bin zufrieden ok aber eben wir müssen aufpassen die mann hoch habe ich glaube hoch ich mache und dann gehe ich hier aus genau okay er macht okay ich bin irgendwie ich bin irgendwie gerade in so einer super power mode worte wie man es auch bezeichnen sei meine freunde ich bin grad auf jeden fall ja doch auf jeden fall das war ich aber aufpassen dass man nicht erwischt werde von diesen komischen von den komischen geistern meine freunde tut mir so leid super wirklich so leid meine freunde ja klar ist egal ist okay er ist in ordnung ich möchte nicht okay er hat einfach drei punkte plus gemacht dieser drecksquell einfach ey ja ich bin zufrieden ich bin zufrieden meine freunde hat Spaß gemacht aber ich würde sagen wir machen mal noch eine runde kommen ich habe auf bock wir können gerne noch mal eine runde machen von diesem geilen spiel so ich würde sagen ich würde sagen wir machen weiter okay also ich hätte erst noch ein bisschen bock drauf ist hier bis zur runde schocken und noch einfach gut auszumachen oder auch einfach gute so eine laune zu haben jetzt hier meine freunde mach einfach jetzt ich habe ich habe vergessen ich habe vergessen mein mein controller hat immer wieder richtig gerade schaltet oder senkrecht schaltet ich glaube senkrecht ist das richtige wort meine freunde das könnte sein ja komm wir machen jetzt wenigstens noch 30 sekund dieses game und dann breche ich ab und dann können wir gerne noch mal das andere spiel spielen würde ich sagen komm was machen wir mal oder bin ich gerade komplett bescheuert oder wollte ich sowieso ich weiß gar nicht ob ich sowieso okay gut nacht tschüss okay jetzt geht weiter jetzt geht weiter meine freundin meine feinen freunde so warte mal eben ich muss aufpassen und bitte nicht bitte nicht fangen bin ich fangen ich bin so ich bin so ich bin gerade einfach so pechvoll ich habe einfach keine chance gerade zu gewinnen ich bin einfach gerade und nicht mal der sp1 spieler wie man weiß meine freunde ich glaube man weiß ja auch ob ich das bin aber egal meine freunde ehrmann ich weiß manchmal auch nicht wo ich genau würde aber weil ja weil ich halt manchmal in diesen komischen in diesen komischen reing oder auch einfach in diesen komischen durchgängen einfach reingehe deswegen weiß ich manchmal auch nicht wo ich genau bin aber ich bin auch bitte ich bin ich bin ich nein nicht erwischt werden hab die kranke sich ich war so gerade ich war ich war gerade so nah dran dass ich beliebt werde oh mein gott bitte nicht oh mein gott und habe ich leider gerückt glück gehabt ob es nicht direkt kann ich mich einfach verarschen okay ich würde sagen es reicht einfach mal meine freunde ich habe schon 60 sekunden ich habe schon 30 und das ist das spiel was wir noch nicht später haben ich wollte schon sehr lange machen aber heute habe ich darauf lust meine freunde dieses bläschchen ich weiß nicht das ist falsch nicht nicht richtig meine freunde ist richtig werden also ich bin bescheuert meine freunde es war das gleiche meine fresse was mache ich denn es tut mir sehr leid meine freunde ich mein es nicht böse ich habe meine freunde äh was mein ich muss dieses geile spiel finden das ist halt irgendwo hier drin aber ich finde es halt nicht meine freunde ich glaube das doch das ist das hier das ist das meine freunde das stockschießen oder bin ich gerade bescheuert ne das ist das richtige meine freunde das ist das spiel hier weiß ich mal genau das spiel wir jetzt einfach meine freunde wie ich bin dieses sechse wettkampf hier ist nämlich so eine art kennt ihr kennt ihr eishockey so eine art eishockey nur halt ohne und kennt ihr wovon halt einfach eher dass man das eis glatt streichen muss also ich muss halt euch mal in ruhe ich muss halt euch mal in ruhe erklären meine freunde was ich halt genau meine es ist halt so scheiße schwer zu erzählen aber ich versuche es gerade wirklich einfach wirklich einfach wirklich einfach verständbar auch einfach zu erklären dass es auch euch wirklich am herz liegt oder einfach ja wirklich spürbar ist dass er einfach nicht gut spürbar einfach fühlen können oder auch einfach ja das einfach gut schön hören können was ich einfach erzähle ich will es ja nicht so unkonstig machen ich will es ja nicht umständig machen meine freunde ich wollte nur sagen man kennt ja dass man mit dem eishockey schläger manchmal so einen scheiß macht man nämlich davor so ein bisschen das polit und das muss man genau so machen also man macht das nicht hier das machen so Pagen würde ich sagen das machen Pagen meine freunde würde ich sagen und wer gewinnt hier ich habe gewonnen ich muss das machen okay ich bin der ich bin der schläger okay alles klar gute wissen es war es gar nicht genau wieder ich weiß gar nicht wie lange das hier einfach sein wird es kann auch schon sein dass es eine längste folgen ist von let's play disney zum zum festival aber ich versuche meine ganzen kräfte hier einfach zu genießen okay wir müssen wir jetzt erstmal versuchen auf diesen stein zu klettern und dann müssen wir versuchen wirklich ganz ganz nah also so so nah wie es einfach so geht meine freunde irgendwo dahin gehen da hinten sieht man ja schon die sind diese zwei ratten aber diese ganze mäuse da hinten weil die die werden nämlich unser unser also die werden halt unsere unsere sicht da einfach unsere also wenn wir halt also wir wir erfahren es da lang also wir wir laufen oder wir wir gleiten halt da durch jetzt lang also wir gleiten halt da durch oder wir gleiten halt erst mal den weg lang und bevor wir da einkommen oder bevor wir da hinten kommen gleiten halt ja schon vor uns die zwei ratten oder mäuse würde ich sagen genau wie auch wir halt aussehen schon den dass das eis die eis oberfläche kann man sagen das war ein bisschen bessere leistfläche kann man sagen also das hat ein bisschen das war ein bisschen mehr ja besser halt auch können kann man sagen egal das wischen müssen wir nicht wischen 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 sehr gut sehr cool gemacht sehr sehr naja ich habe es halt gemacht aber ich habe ich hätte was einstrengend ist auch was man auch was genau das ist ein cooles spiel und jetzt ist jetzt wie man sieht ist ja auch jetzt der spiel 23 also ich bin jetzt mal gespannt wie der macht das er selber macht besser aber ich versuche da auch schon mal zu lernen genau und ich weiß dass manchmal auch so ist dass man im weg stehen kann aber das ist manchmal das ist nämlich nicht hier das ist nämlich nicht in diesen in diesem mode es gibt aber es gibt verschiedene modis es gibt verschiedene moden also in diesem geilen spiel also ich weiß halt meine einfach nicht kann ich mal aber nachher nicht mal in ruhe sprechen einfach an das kostet einfach an meine ich wollte ich wollte mal sagen ich wollte mal eben ganz gut sagen auch mal etwas rausfohlen dass man nämlich das auch so machen kann dass man einfach das spiel einstellt und das was einfach dann am weg stehen kann aber ich habe gerade das spiel ich habe gerade halt spielregeln einstellt wo man halt nicht den weg stehen kann oder im weg halt hält oder sich halt im weg ja stellen kann man kann nämlich einfach nicht im weg stellen aber ich habe ein bisschen verkackt und ja ja ich weiß ich habe mich halt jetzt im weg gestellt aber man kann auch verschiedene regeln machen in diesem game ist einfach eine gute sache meine freund ja hat hat man nicht hier nach diesen drecksteller zu stoßen aber egal aber trotzdem spaß gemacht sehr nahe gemacht der frau sehr sehr okay ich bin ja sehr gespannt wie wieder ja der gute alle freunde zweites spielers einfach macht ich bin sehr gespannt guck mal eben und wir lassen uns nicht darauf ein und wir lassen uns auch nicht ärgern okay genau am besten lassen sie wird aber nicht und auch irgendwie ganz ärgern lassen meine freunde muss sein zack zack und zack boom yes alter das hat gar nicht mal so schlau von diesem zweiten spiel ich bin mit zufrieden meine freunde habe ich gemacht ja ist okay also haben wir ein bisschen floren kann man sagen genau sehr gut gemacht jetzt sind wir wieder dran meine freunde ich würde sagen wir machen jetzt noch eine runde und danach machen wir noch eine runde und dann hören wir auf ob das spiel lange geht ist egal komm ist egal wie lange das spiel wir brechen dann auf jeden fall spiel ab hier und haben auch genug für diesen part gemacht aber er hat auf jeden fall schon mal eine kleine einfache bekommen vom spiel und mir gefällt einfach nur gut nicht schlecht nicht schlecht meine freunde schlecht bin damit auf jeden fall zufrieden das freut mich sehr es haben wir echt geil gemacht ich würde sagen das spiel nochmal eben jetzt spiel auf jeden fall nochmal ein gutes zweites spiel und danach würde ich sagen spiel ich nochmal und dann haben wir auf dann haben wir echt genug gemacht für diesen geilen party von let's play disney zoom zoom festival will also ich weiß dass das spiel so lange ist aber sogar und zack und boom yes ok auch nicht so schlecht aber jetzt will ich sagen machen wir mal eben eine runde und dann haben wir echt genug gemacht dann haben wir echt genug gemacht für diesen geilen part los geht und wir versuchen einfach ist eine neue runde zu machen ja genau so eine meine meine freunde ich bin einfach der beste der will also ich fühle mich auch nicht so gut wie jetzt wie ein profi aber ich versuche es zumindest sexy zu machen sexy geile zu machen jetzt müssen wir wissen schon wichtig weil halt auch die eis oberfläche auch halt mal richtig geil glatt werden muss ist ja wahrscheinlich ist ja auch verständlich ok ja nicht schlecht hauptsache sind da ein bisschen dran aber ich würde da jetzt machen auf dem cut hier vielen dank für euch sexy geile offenigkeit meine freunde bei let's play disney zum 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 festival bis zum nächsten mal wird es echt spaß gemacht, so sehen wir uns mal schauen meine freunde ich hoffe vielen dank, tschau yes dankeschön, bjam und tschau 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 alle vielen dank für eure rauweskeit juhuu so super und alles vielen dank für eure rauweskeit